Alles klar! Wisst ihr, wie das funktioniert? So... Das ist ja gerade Überwahnsinn, ne? Eieieieiei... Oh! Hallo? Hallo? Nochmal! Heieieieiei... Äh... W... What? Oh... Buah... ...Gottes Willen, warum bin ich besoffen? Ich sollte nach Hause gehen. Ne! Ja, hoppala! Hoppala! Uäh... Ich glaube, ich musste auf gut Glück hüpfen, ne? Eieieieieiei... Ne... Ich dreh durch! Leute, deswegen solltet ihr nicht saufen! Ja! Vielleicht sollte ich mir um das Muster angucken! Gibt es da ja eins! Und nicht einfach so loshüpfen! Und... jetzt... Ne! Hahaha! Drei... Zwei... Eins... Uh... Geht doch! Ähm... Holt A. Okay. Hm. Achso, ich muss beide Tasten halten, oder was? Willst du mich verarschen? Au. Ah, Timelimit. Moment, nochmal von vorne. Ja, nicht drüber hüpfen. Hm. Ah. Geht doch. I hate... Ernsthaft? Kann ich nicht einfach irgendwas eingeben? Nö. Wisst ihr was, Leute? Ich schaue jetzt mal auf diese Webseite. Dann sehen wir uns gleich wieder. Tatsache ist, ich musste gar nicht auf die Webseite gucken, denn der Code ist komplett scheißegal, solange da Zahlen drinstehen. Ja, aber dann öffnet sich die Tür nicht. Ich bin gleich wieder da. So, Leute, ich habe jetzt den Code und... Ja. Gut, dann geben wir den mal schön ein. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Das war eine 7. Dann eine 8. Dann eine 5. Dann eine 4. Dann der 6. Dann der 6. Der 6, habe ich gesagt. Und dann der 1. Und dann öffnet sich auch die Tür. Ah, gut, das ist ja schon gegangen. Create. Was willst du von mir? Sollen wir jetzt wirklich so ein Matschkanier zusammenbauen? Na gut. Können wir mal probieren, ne? Bis jetzt scheint es ja noch locker easy zu gehen. Muss ich das jetzt da pixelgenau anbringen? Uh, nicht wackeln. Oh. Und, reicht das? Der Grelle Wahnsinn. Wow. Äh, X. Bedeutet O an. Und X aus. Wo ist O, wo ist unten? Andersrum, wie es aussieht. Hoppala, gehst du an. Hallo? Nun, gut. Ähm. Moment. Nö. Kann ich das nochmal zurücksetzen? Gucken wir mal. Da hat sich das Rätsel gerade geändert. Andersrum? Ähm. War doch andersrum. Verstehe das, wer will. Ich verstehe es für meinen Teilen nicht. Ähm. Ähm. Hallo? Ne. Musst du an sein? Was leichter ist. Nö. Nö. Ich habe mich vielleicht einen Hinweis. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hasse dieses Spiel. Ich kann hier nicht auf gut Glück alles an- und ausmachen. X ist on, O ist off. Ah. Ah. Ja gut. Hab ich doch jetzt, ne? X ist on, O ist off. Ah, Moment. Da steht ein Fehler. An, an, aus. Ja, ich weiß. Du bist an. Bist du an. Du auch. X ist on, O ist off. Wer darf ich verarschen? Ich will heute auf Neustart klicken. Muss ich mir irgendwas geben, was alles in einer Reihe ist? Moment. Wenn das hier die obere Reihe ist, die zweite. Hey. Okay. Dann bist du hier an. Du bist an. Dann ist oben an. Ah. Man muss jetzt nur verstehen. What's wrong with the cursor? Oh. Ich verstehe. Oh. Hoppala. Hoppala. Alles klar. Hoppala. Geh doch. An, aus a door. Uh. Press E to enter. You still can enter. Oh. Oh. Kann ich die irgendwie rüber ziehen? Oh. Guck mal. Ich kann die rüberschieben. Ähm. Oh. Guck mal. Jetzt verstehe ich das. Bip. 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 Moment. Bip. Spielt es eine Rolle, dass die auf der Seite sein muss? Bip. 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 Soll ich auf irgendwas warten? Soll ich auf irgendwas warten? Soll ich auf irgendwas kaputt machen? Okay, warten wir einfach mal. Verdammt nochmal, schaut euch mal diese Aufnahmezeit an. Ich weiß nicht, wie weit ich das runterkacken soll. Weil die dich mal zwischendurch eine Aufnahmepause machen sollen. Moment, let's take a break. Oh, ja gut. Look closer. Oh, komm mal, eine 3. Moment. Ah, guck mal. Ist das hier die einzige Zahl, oder? Ja. Gut, hüpfen wir nochmal alles durch. Hm. Gibt es hier weitere Zahlen? Eine 4. 5. So. 5 haben wir. 4. Und versteckst du dich. Ja, 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 ja. Also gut. Eine 5. Eine 4. Eine 3. Eine 4. Eine 4. Es ist wahrscheinlich jetzt eine 2, oder? Jawohl, dann gehen wir hier auf die 4. Und dann gehen wir hier auf die 5. Habe ich schon erwähnt, dass ich dieses Spiel hasse? Ich muss irgendwie eine Kombination aus diesen 3 Zahlen machen. Und irgendwo ist uns wahrscheinlich noch eine 4. versteckt. Look closer. Soll ich die Auflösung unterstellen? Use the magnifier to find numbers. Ja, das habe ich bereits. Mir fehlt halt nur noch eine. Ich drehe durch. Eine 7. Also Moment. 3 7 4 5 Hoppala. Ah! Okay, wie komme ich jetzt da rüber? Bleiben die Zahlen gleich. 2 3 4 Da muss ich das erstmal verstehen, ne? Äh, 7 7 7 habe ich gesagt. Und noch eine 7. 7 Geht doch. Gravity. Oha. Nein. Wer mag denn schon Gravitation? Gravitation. Ich weiß noch nicht, wie ich das schneiden werde. Vor allem, weil ich nirgendwo eine An- oder Abmod habe. Oha. Press T if you want to open tip. Ja, bringt nichts. Ja. Alter. In der Minecraft Adventure Map. Das kann ja heiter werden. Wupp. Uh. Decrease. Ah. Ich verstehe. Ich muss einen Equalizer zusammenstellen. Aber zuerst gehen wir auf die andere Seite. Sicher ist sicher. Ja, genau. Hupf ja noch 5 mal runter. Für den Death Counter, falls irgendjemand mitgezählt hat. Wehe, das ist es nicht. Uah. Bleibst du hier stehen? Also gut. Gucken, wie weit wir es degreisen müssen. Geh doch. Copy my favorite phrase. Was? Was? Was soll ich wissen, was deine favorite phrase ist? Wer bist du? Was willst du von mir? So markieren kann ich nichts. Moment. Copy my... Moment. Wie hat das denn? My... Favorite... Phrase. Moment. I hate this game. I... Hey. Moment. Neustart. I hate this game. Nein. Ich muss jetzt wirklich auf den Hinweis warten. Ich drehe durch. Was ist denn dein Lieblingsspruch? Woher soll ich das denn wissen? Also ich glaube, Level 33 hat mich jetzt geschafft. Tipp. Komm schon. Spiel ich, hasse dich. Hm. Muss ich irgendwas in den Zwischenspeicher kopieren? Wisst ihr was, meine Schnuffels? Ich würde mal sagen. Ich glaube, dieses Level hat mich jetzt endgültig geschafft, weil ich es nicht verstehe, was der von mir verlangt. Und ja. Wir sehen uns dann. Hoffentlich bei einem anderen Projekt und nicht mehr bei dem Ding hier. Vielleicht geben wir dem noch eine Chance. Wer weiß das schon. Hängt ganz von euch ab, wie er das Projekt so weit gefallen hat. Und ja. Bis denne. Tschöö. Bis zum nächsten Mal.